244 Euro direkt aus Japan. Diese Säge, die ist absolut mini. So viel Geld und dann muss ich auch noch einen Akku kaufen? Und dann ist das Ding auch noch so winzig. Mensch Jonas, teste Sachen, die auch nützlich sind. Es ist doch nun wirklich zum Haare raufen, wenn ich welche hätte. Wir suchen zusammen nach einer Handkreissäge, die perfekt ist. Für alle die, die mit Holz arbeiten wollen. Denn genau das ist das, was wir regelmäßig machen. Und wir haben oft festgestellt, die günstigen Geräte von Parkside & Co. Die können leider gar nichts. Und viele andere Geräte, die ganz interessant sind, kosten schnell mehr als 2, 3, 4, 5, 800 Euro. Je nachdem, was man nimmt. Das kann doch nicht sein. Es muss doch eine Säge geben, die vernünftig sägt, die Power hat, die alles kann. Und eine Sache ist klar. Es gibt eine Marke, die haben wir uns hier noch nie angeschaut. Obwohl sie, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eine der beliebtesten Heimwerkermarken überhaupt ist. Welche ist es, Jones? Ihr habt es auf dem Titel ja schon gesehen. Es ist Bosch. Wir hätten jetzt Bosch grün nehmen können. Wir haben aber Bosch blau genommen. Das hier ist die GKS 190. Warum bin ich bei dieser Säge gelandet? Das sage ich euch, während wir reingucken. Wir sehen hier, was wir bekommen. Eine Handkreissäge mit Kabel. Kabel macht deshalb Sinn, weil wir nicht extra ein Akku und Ladegerät kaufen müssen. Und die meisten von uns arbeiten eh gerne in der Werkstatt. Ein Kabel ist also kein Problem. Ich suche das eigentliche Argument. Äh, wo ist es? Hier. Da können wir sehen. 70 Millimeter. Das ist eine Säge, mit der wir tatsächlich 7 Zentimeter starkes Material sägen können. Und das ist verrückt. Weil das bekommen wir bei kleineren Sägen und auch bei größeren eigentlich nicht hin. 70 Millimeter ist eine ganze Menge. Wir packen das ganze Ding jetzt mal aus und schauen, was da drin ist. Diese Säge ist im Prinzip wahrscheinlich überall verfügbar. Wahrscheinlich sogar im Baumarkt. Aber ich bin drüber gestolpert, weil sie a 127 Euro kostet. Das ist wirklich nicht viel. Und b hat sie über 7000 positive Amazon-Bewertungen. Das ist eine ganze Menge. Allerdings, oh hier ist noch der Sticker. Haben wir natürlich in der Vergangenheit schon gesehen, dass Amazon-Bewertungen nicht alles sagen. Genau deswegen gucken wir uns das an. Es klingt erstmal maximal vielversprechend. Und das erste Teil liegt einfach oben drauf. Der Anschlag. Oha. Man merkt jetzt schon einen Unterschied. Die Dinger haben wir bei diversen Sägen einfach direkt aussortiert bis jetzt. Das machen wir hier. Das ist einfach alles in den Karton geschmissen. Das machen wir hier jetzt erstmal noch nicht. Wir holen jetzt erstmal die Säge raus. Die sägt doch niemals 70 Millimeter. Die sieht mini aus. Ich glaub hier ist nichts mehr drin. Erstmal das hier. Man merkt direkt einen riesen Unterschied. Bei diversen günstigen Werkzeugen ist eigentlich immer so ein Parallelanschlag dabei. Und die Dinger sind normalerweise wackelig bis es nicht mehr geht. Das ist wirklich schon ein relativ stabiles Ding hier. Wir werden das auf jeden Fall später benutzen. Wir hatten hier auch noch einen Absaugadapter. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und wir haben die Säge, die erstmal winzig aussieht. Die sieht gar nicht so groß aus. Und wir haben ein... Oh. Hier ist noch der Schutz. Super. Den nehmen wir einmal ab. Uh. Das war sehr angenehm. Hier ist unser Sägeblatt und da steht OptiLine Wood drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Bosch ein besseres Sägeblatt ist oder nicht. Was kann diese Säge noch? Erstmal liegt sie ganz gut in der Hand. Wie gesagt, wir haben eine Handkreissäge, keine Tauchkreissäge. Das heißt, wir können zwar die Höhe einstellen, machen das aber in der Regel vor dem Schnitt. Genauso wie alles andere auch. Wir haben hier hinten diesen Hebel. Der gilt uns für die Höheneinstellungen. Und das machen wir normalerweise nicht während des Schnitts. Man könnte es eventuell... Lasst es erstmal sein. Eine Handkreissäge ist super. Ganz so oft muss man keine Tauchschnitte machen. Und wir können auch das Ganze noch, wenn wir hier vorne und hier hinten den Hebel lösen, neigen. Hello? Kannst du mir den auch noch? Oh Gott. Hä? Ne. So. So geht es nicht. Achso, die neigt sich in die andere Richtung. Ja, hätte man sehen können. So können wir sie auch noch neigen. Wir können also auch noch 45 Grad Schnitte machen. Das ist tatsächlich genau das, was ich an dieser Säge interessant finde. 45 Grad? Nein, das kann fast jede Säge. Aber in dem Video, was wir eingangs gezeigt haben, ist eine Sache klar. Bei einem kleinen Sägeblatt verlieren wir, wenn wir 45 Grad sägen wollen, sehr viel Tiefe. Wenn wir hier tatsächlich normalerweise 70 Millimeter sägen könnten, dann können wir natürlich als Winkelschnitt wahrscheinlich wirklich relativ krasse Querschnitte immer noch durchsägen. Und wie viel das ist, das messen wir jetzt einfach nach. So. Ich habe jetzt hier einfach mal so weit geschoben, wie es geht. Dabei fällt mir auf, die 45 wäre hier. Wir können tatsächlich bis 55 Grad neigen. Oder, da steht 56. Na gut. Warum steht da 6? Bis 56 Grad. Das ist natürlich crazy. Wir wollen aber 45 Grad testen. Wir haben leider keinen Rastpunkt. Das ist schon mal ein bisschen doof. Das heißt, wir müssen das so Pima-Auge rausmessen. Das sollte aber die Höhe sein, die wir haben. Das heißt, wenn wir jetzt das hier mal hochklappen, hier so ungefähr messen, dann könnt ihr sehen, was da steht. Ich leider nicht. Deswegen muss ich das Ganze jetzt einmal umdrehen. Tatsächlich über 50 Millimeter. Das heißt, wir können in 5 Zentimeter dicken Platten eine 45 Grad Gärung sägen. Das ist absolut crazy, weil die normalen Tauchkreissägen, die so 55 Millimeter Schnitttiefe haben, können natürlich nicht 55 Millimeter als Gärung. Das ist schon echt eine große Säge. Obwohl die Säge an sich wirklich relativ handlich ist. Dass es keinen Rastpunkt gibt, ist ein bisschen doof. Das macht aber nichts. Das ganze Thema Gärung sägen ist wahrscheinlich für viele von euch eh nicht das allererste Thema. Normalerweise geht es darum, Sachen abschneiden. Und genau deswegen nochmal diese 70 Millimeter. Wenn man Massivholz kauft, zu dem Thema kommen wir gleich noch, das könnt ihr auch bei uns machen. Aber wenn ihr zum Beispiel raue Bohlen kauft, dann habt ihr ganz oft Maße, die über 55 Millimeter liegen. Das bedeutet, mit ganz vielen Sägen kommt ihr halt eben nicht da durch. Mit dieser Säge mit 70 Millimeter, da könnt ihr wirklich alles sägen. Ihr braucht also nicht mehrere. Ich habe mehrere Sägen. Eine für dünne Materialien, eine für dicke. Wenn ihr so eine große habt, könnt ihr mit einer alles machen. Vorausgesetzt, sie sägt gut. Die restliche Verarbeitung müssen sie gleich mal anmachen. Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich weiß nicht, ob wir über den Tisch mal drüber gucken. Wir sägen zuerst. Es fühlt sich jetzt nicht mega hochwertig an. Aber wir haben halt wirklich ein riesen Sägeblatt. Ich bin echt gespannt, wie die gleich klingt, wenn die an ist. Wir machen die jetzt schon mal einmal an. Nur testweise. Bei Sägen tun wir eh woanders. Aber über die Jahre und Tests habe ich eine Sache gelernt. Man kann wirklich relativ viel darüber merken, wie eine Maschine ist, wenn man sie einfach mal anmacht. Let's go! Ja, das habe ich befürchtet. Ja, heftig. Das ist ein bisschen als würde man hypnotisiert werden, wenn man hier drauf guckt. Also das ist eine laute Maschine. Es ist ein lauter Motor. Aber wir haben auch 127 Euro. Wir schnappen uns jetzt Holz und dann sägen wir was ab. Apropos Massivholz. Wenn ihr Lust habt, mit Massivholz zu arbeiten, aber ihr wisst nicht, wo ihr es herbekommen sollt, dann bekommt ihr verschiedenste Sorten in verschiedenen Maßen. Bei uns im VLVR Shop. VLVR, das sind Flo und ich. Und wir haben jetzt etwas, was wir noch nie hatten. Wir haben diese wirklich wunderbare Nuss. Und unsere Kunden wissen es schon, wenn wir euch normalerweise Holz verkaufen, außerhalb der Restekisten, dann achten wir wirklich darauf, dass es die maximale Qualität hat. Wir haben diese Bretter hier und wir haben ewig gestritten. Und wir haben gesagt, es ist nicht die maximale Qualität. Es ist da drunter. Aber gleichzeitig ist es viel zu gut, um es in die Restkisten zu packen, die ihr normalerweise so gerne kauft. Das ist jetzt also das allererste Mal, dass wir einen Restposten haben. Also etwas, was nicht ganz den Anspruch erfüllt, aber nur minimal da drunter liegt und deswegen kein Rest ist. Ihr könnt es, und darauf läuft es hinaus, für einen schmalen Groschen erwerben. Wunderbarstes Nussholz. Da könnt ihr euch was raushobeln. Da könnt ihr wunderbare Sachen draus bauen. Wenn ihr Nuss oder anderes Holz haben wollt, schaut bei uns vorbei. Wir haben viele Sorten. Und das hier gibt es gerade im Angebot. Findet ihr da unten? Wir sägen jetzt was ab. Wir gehen gleich rein mit dem maximalen Extremtest. Das hier ist super harte Esche, die ich gerade verarbeite. Die passenderweise, ja, so 68, 69 Millimeter stark ist an den dickeren Stellen. Da schneiden wir jetzt einfach erstmal frei Hand quer was ab und schauen, wie das läuft. Staubsauger habe ich dran. Sägetiefe können wir gleich auf Maximum stellen, weil wir einmal komplett durch wollen. Auf los geht's los. Und gleich nochmal. Dickere Stück. Hohohohohoho. Alter Schwede. Ja, das Ding knallt da durch, als gäbe es kein Morgen mehr. Und die Stärke, die angegeben ist, kriegen wir auf jeden Fall hin. Und der Schnitt, der ist jetzt natürlich frei Hand. Der sieht sogar ganz gut aus. Wir machen den jetzt nochmal mit einer Führung. Diese Handkreissäge können wir nicht mit einer Führungsschiene nutzen. Für so kleine Querschnitte können wir uns aber einfach so einen Winkel festmachen. Der von Dictum hier ist natürlich perfekt. A ist sehr schön dick und B kann ich den einfach auflegen. Und machen wir den jetzt hier mit der Zwinge einfach fest. So. Ups, die Zwinge ist nicht ausgeklappt. Das sollte uns als Führung reichen, dass wir hier einmal lang fahren können. Das wichtigste ist, dass wir mit dem Motor gleich da drüber kommen. Und ich glaube, es könnte klappen. Wir probieren es einfach mal aus. Und los geht's. Das geht nicht. Guckt mal von hier. Der Motor geht hier bei voller Schnitttiefe zu weit runter. Er liegt also jetzt hier auf der Zwinge auf. Wir haben natürlich auch einen dicken Winkel und diese Zwinge. Aber irgendwie müssen wir das Ganze ja auch befestigen. Das funktioniert jetzt so leider erstmal nicht. Zumindest nicht bei dieser Schnitttiefe. Das müsst ihr einfach bedenken. Wir brauchen also jetzt hier irgendwas, was viel viel dünner ist, was wir trotzdem irgendwie festmachen können. Oder etwas anderes. Und ich zeige euch auch was. Theoretisch können wir ja alles als Führung nehmen. Wir haben jetzt einfach dieses dünne Stück, ja, Sperrholz hier. Da kommen wir auch dran lang. Also, ene mene muh und los. Ja, doch. Geht. So. Und gleich noch einen hinterher, weil ich ein bisschen gewackelt habe. Das geht da wirklich ohne Probleme durch. Wir können hier jetzt natürlich nicht messen, ob die Schnitte wirklich winklig sind. Warum? Diese Kanten sind nicht abgerichtet. Das mache ich jetzt eben, damit wir das überprüfen können. Und dann vor allen Dingen auch mal einen Längsschnitt machen. Wir haben jetzt hier das Ganze einmal abgerichtet und auf Dicke gehobelt, sodass wir hier zwei parallele Kanten haben. Jetzt sind wir noch bei 61 Millimeter Schnitttiefe. Das ist immer noch ultra viel. Wir schneiden jetzt nochmal gerade hier durch und gucken, ob der Schnitt auch winklig ist. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich sage es nochmal. 61 Millimeter Esche massiv. Ich leuchte nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt was seht. Wahrscheinlich nicht. Ich leuchte mal von... Es ist einfach genau 90 Grad. Das ist Spitze. Ob der Schnitt jetzt so gerade ist oder nicht, das brauchen wir jetzt nicht messen, weil wir freihand an der Schiene lang sägen und diese beiden Kanten auch nicht ausgerichtet sind. Wir können so halbwegs gucken. Sinn macht es eigentlich nicht, weil wir nicht... Oh. Okay. Ich hatte die Schiene wohl doch sehr winklig zu dieser Rückkante ausgerichtet. Das sieht spitze aus. Aber wie gesagt, viel wichtiger ist, dass dieser Winkel passt. Wir wollen jetzt einmal Längssägen. Für den Längsschnitt können wir jetzt gleich hier den Parallelanschlag einmal testen. Na. Wann willst du da durch? Jetzt. Da stellen wir... Oh, da kommen wir gar nicht so weit. Da muss ich mal gucken, ob es mit meinem Setup passt. Oder ob ich jetzt gleich meinen Tisch reinsäge. Und wir sehen natürlich jetzt schon, dass das mit den Zwingen nicht funktioniert. Weil wenn ich jetzt hier schieben würde, geht das auf jeden Fall schon mal nicht. Wir müssen den Längsschnitt ein bisschen anders testen. Mir fällt gerade nichts besseres ein, deswegen schrauben wir jetzt einfach von unten eine Platte hier drunter. Dann können wir die Platte gleich festspannen. So. Der Akku war leer, der hier auch, aber für eine Schraube wird es reichen. So. Und jetzt drehen wir das einfach um. Und spannen ganz entspannt diese Platte am Tisch fest. Und da wackelt nur der ganze Tisch. Jetzt können wir hier langsägen. Und los! Iisiin. Otti. Von schnico. Woa. 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 Das ist eine Maximalbelastung, aber wir sind noch nicht ganz durch, Moment. Das ist in einem Schnitt ein bisschen zu viel. Wir heben mal das Sägeblatt ein bisschen an, sägen einmal vor und sägen dann den Rest. Ich habe das hier irgendwie doof aufgebaut, ich muss einmal hier auf den Tisch klettern. Aber so ist es manchmal, einmal durch. So, und jetzt nochmal den Rest bitte. Geht doch. Hat das jetzt richtig viel Spaß gemacht? Nee, nicht so richtig. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, das ist wirklich ein extremer Schnitt. Das ist ein Schnitt, den man normalerweise eigentlich irgendwie, sobald es irgend möglich ist, mit einer Formatkreissäge macht. Wirklich mit einer großen Säge. 61 Millimeter Esche massiv, das ist schon fett. Und wir sehen grundsätzlich... Der Streifen sieht voll in Ordnung aus. Wir können Streifen abschneiden, es ist wirklich ein Extremtest. Aber weil die Säge halt so groß ist, möchte ich natürlich auch ausprobieren. Und es funktioniert. Das Sägeblatt ist von der Zahnung her wahrscheinlich so ein klassisches Universalblatt. Nicht perfekt für quer und auch nicht wirklich gut für längs. Aber es ist in Ordnung. Ihr könnt solche Schnitte so machen. Und normalerweise würde man es natürlich auch immer so machen, wie ich es am Ende gemacht habe. Erstmal vielleicht bis zur Hälfte sägen und dann die zweite Hälfte nochmal. Und dann ist der Schnitt auch schon deutlich einfacher. Weil es halt nicht 61 Millimeter in einem Stück sind. So. Aber gehen tut's. Weiter geht's. Ich habe das jetzt nur mal dran gehalten und eigentlich überhaupt nichts erwartet. Aber der Schnitt ist komplett gerade. Das gibt's überhaupt nicht. Mal gucken, ob der winklig ist. Winklig ist er nicht mehr ganz. Aber das ist bei so einem extremen Schnitt auch fast nicht zu erwarten. Mal woanders gucken. Es ist immer in die gleiche Richtung. Es fällt leicht nach innen ab. Das kann aber auch vom Führen kommen. Wir schieben die Säge ja immer noch komplett freihändig. Trotzdem ist der Schnitt auf der Länge komplett gerade. So, wir wollen jetzt nochmal auf Gehrung umbauen. Oh Gott, was ist das? Wo kommt der jetzt auf einmal her? Oh Gott. Der lag einfach da drin. Keine Säge ohne Fehler. Bis jetzt läuft alles super. Das Ding ist hier rausgefallen durch die Vibration beim Schnitt. Und es gehört, wenn ich das richtig sehe, eigentlich hier rein. und es hat im Prinzip kaum Widerstand. Das heißt, wenn die Säge vibriert, löst sie. Das ist einfach komplett locker. Also das kann sich hier raus vibrieren, was natürlich super beschissen ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir normalerweise hier das Sägeblatt haben und der Schlüssel eben gerade hier lag. Oh Gott. Also das ist richtiger Käse. Und das Teil packen wir einfach woanders hin. Das ist hier nicht fest genug drin, weil es halt genau in den Gefahrenbereich fällt. Und wenn euch das ins Sägeblatt kommt, boah, ne. Das muss nicht sein. Also das kommt weg. Wir stellen oben auf Gehrung. Das hier sind jetzt 50 Millimeter Erle. Da wollen wir jetzt mal versuchen, unsere Gehrung reinzusägen und gucken, ob wir wirklich so starkes Material durchgesägt bekommen. Das wäre crazy. Ich weiß nicht genau, wie ich die Säge jetzt am besten halten soll, weil sie doch gutes Gewicht jetzt hat. Aber wir probieren es mal. Wir hängen. Aber warum? Wir hängen. Aber warum? Nee. A hängen wir und B kommen wir nicht durch. Ich guck mal, ob wir noch ein bisschen, ganz bisschen tiefer rausquetschen können mit Gewalt. Ja, na ja. Bei diesem Test muss ich mir ehrlich gesagt selber die Frage stellen, wer würde das überhaupt so machen? Ich wahrscheinlich nicht. Aber ich habe viele andere Werkzeuge und wahrscheinlich würde ich es deswegen nicht so machen. Was wir sehen ist, wir hatten auf jeden Fall ein bisschen Schwierigkeiten durchzukommen. Woran das genau liegt, weiß ich noch nicht. Manchmal ist das bei Handkreissägen das Problem, dass je nach Winkelschnitt oder je nach Tiefe manchmal diese Schutzhaube, diese hier, wo ist der Schalter hier, diese hier, nicht ganz so leichtgängig zurückfährt, wie wir das gerne hätten. Was wir jetzt hier natürlich sehen ist, wir haben jetzt hier so ein µ stehen. Also die 50 mm schaffen wir nicht ganz. Da bleibt ein ganz bisschen was stehen. 49 würden wir schaffen. Wir holen jetzt einfach hier einen Millimeter ab und messen dann, wie die Gehrung aussieht. Also, das passt nicht. Aber es ist auch ganz klar, warum das so ist. Wir gucken mal, wie der Schnitt über die Fläche ist. Trotz unseres Hängenbleibens haben wir einen relativ geraden Schnitt über die Fläche. Das sehen wir hier. Beim Ende ist noch ein bisschen was. Hier sind wir ein bisschen rausgekommen. Aber ansonsten ist das über die Fläche ein vernünftiger Schnitt eigentlich. Dass der Winkel beim ersten Mal jetzt nicht stimmt, ist irgendwie logisch. Weil wir hier überhaupt nicht wirklich gute Anhaltspunkte haben, wann wir wirklich bei 45 Grad sind. Was wir wissen ist, 90 Grad war gut. Was ich also immer gerne mache ist... Mal gucken, dass wir hier überall Platz haben. Auf... War das jetzt wieder im Weg? Der... So. Dass wir einmal gucken, wie sieht dieser Punkt aus, wenn wir bei 90 Grad sind. Und dann zu versuchen, so nah wie möglich da dran zu kommen. Das ist natürlich Käse. Ohne Rastpunkt werdet ihr die 45 Grad nicht ohne Messen finden. Also ihr müsstet die Säge sozusagen... Oh! Müssen wir hier wieder vom Rand ein bisschen weg. Nah an den Punkt ran bringen. So. Wenn ihr euch die Säge dann umgedreht habt, könnt ihr auf den Tisch so ein schweres Dreieck stellen. Nehmt wirklich so eins, was ihr eigentlich kaum festhalten müsst. Dann stellt ihr das hier rein und könnt gucken, wie der Winkel ist. Von hier sieht es jetzt so aus, als hätte ich beim zweiten Mal Freestyle den Winkel voll getroffen. Aber mit so einem Dreieck könnt ihr das wirklich ganz, ganz einfach überprüfen. Du müsst nicht lange gucken, dass ihr da ein Winkelmesser rein haltet. Weil so ein Dreieck hat halt hier 45 Grad. Test Nummer zwei und los! Hoch! Hoch! Oh, wir sind noch nicht ganz durch! Hoch! Hoch! Kaum macht man es richtig, passt es auch. Wir können also mit Nachmessen eine richtig fette Gärung in 49mm Erle sägen. Das ist crazy! Das erste getestete Werkzeug von Bosch und es ist absolut lässig. Das mit dem Schlüssel, dass der sich hier raus wackeln kann, das ist wirklich ein kritisches Problem. Das kann man anders lösen. Ich glaube, dass es grundsätzlich einfach schlauere Punkte gäbe, um diesen Schlüssel irgendwo festzumachen. Aber 49mm starke Gärungen, das können manche Tischkreissägen gefühlt nicht. Und die, ja, 70mm Schnitttiefe, das ist wirklich brutal. Damit könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr wollt und das für 127 Euro. Meine ganz große Säge, die kostet ein paar Euro mehr. Natürlich gibt es noch ein paar Unterschiede, die man auf jeden Fall feststellt. Das eine ist, ihr könnt keine Führungsschiene nutzen, keine gekaufte, weil ihr hier keine Nuten im Tisch habt. Dafür ist der Tisch zu dünn. Aber wir haben diverse Vorrichtungen gebaut, die ich euch hier und vielleicht auch da unten einmal verlinke, wie ihr euch Führungsschienen jeder Art für jede Maschine ganz einfach selber bauen könnt. Da müsst ihr nur darauf achten, dieser Motor ist wirklich sehr weit, also der kragt viel, viel weiter raus als der Tisch. Und er geht sehr, sehr weit runter. Dann noch, ich muss jetzt noch ein bisschen meckern, sonst fühle ich mich nicht gut. Der Motor könnte ein ganz bisschen schneller bremsen. Der dreht relativ lange nach. Es ist ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten, dieser Anschlag ist endlich mal vernünftig. Den kann man gut benutzen. Man kann Längsschnitte machen, man kann Querschnitte machen. Und man sollte sich sowieso ja immer ein Sägeblatt pro Schnitt kaufen. Eins für quer, eins für längs. Und ich glaube, wenn ihr das hier macht, dann könnt ihr damit alles sägen. Das ist absolut nice. Ich hätte das nicht erwartet, aber es sind glaube ich fast 7400 positive Bewertungen. Und ich kann mich da einfach nur anschließen. Wer hätte das gedacht, dass ich sage, dass Bosch lässig ist. Es ist lässig. Also smasht ein Abo rein und nehmt den Hashtag. Nein, Bosch. Wow. Die Schublade ist noch offen. Das ist natürlich nicht der Hashtag. Der Hashtag ist Quadrat. Und dann kriegt einer von euch die Säge hier, weil die wirklich lässig ist. Und wenn ihr eine große Handkreissäge braucht für kleines Geld, dann nehmt da die. Weil die funktioniert. So. Bis zum nächsten Mal. Wer hätte das gedacht? Ich pack die jetzt wieder ein. Weil wir diese hier dann jemandem zuschicken. Also smash Quadrat unten rein. Wie war die da drin? Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Ich hab keine Ahnung. So.